Mehr als 80.000 Menschen haben in Israel vor dem Generalstreik an diesem Montag gegen die rechtsextreme Regierung protestiert. Es ist schon die sechste Woche der Proteste, die sich vor allem gegen die vom Kabinett Netanyahu geplante Justizreform richtet. Die politischen Gegner Netanyahus sprechen davon, dass er Israel in eine Diktatur verwandelt, vor allem um einem Prozess wegen Korruption zu entgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017